Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den neuen Gegenstandshop vom 20.09.2020. Bevor es mit dem Video losgeht, Freunde, ich denke mal, ihr kennt es, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, den Bankraboogie-Emote könnt ihr nur noch 1 bis 1,5 Monate holen und das Ganze einlösen und die Emotes, beziehungsweise die Codes für die Emotes, werden extrem selten. Also verpasst das Ganze nicht, Freunde, bevor die Preise wieder erhoben werden. Checkt das Ganze aus. Link unter der Videobeschreibung. Pico Keys. Was kommt heute in den Shop? Okay, nicht das, was ich erwartet habe. Normalerweise dachte ich, dass Batman in den Shop kommt, aber dann war es leider Gottes nicht so. Aber was will man machen? Halb so wild. Ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns kurz nochmal die Sonderangebote an, was da jetzt noch am Start ist. Ist weiterhin noch alles da, also alles easy, alles gut. Dann würde ich eigentlich sagen, dass wir jetzt zu der rechten Seite kommen und uns die ganzen einzelnen Sachen anschauen. Wir haben das von gestern drin, beziehungsweise beide von gestern haben wir hier drin. Freunde, das ist so krasser Emote, wenn ihr das mit eurem Kollegen macht. No Joke, das ist echt geil. Also das ist übelst heftiger Emote, feier ich. Wackeln 500 V-Bucks, zuletzt vor 25 Tagen drin gewesen, 37 Mal im Shop. Dann haben wir hier oben Schädellein, war zuletzt vor 29 Tagen drin gewesen und 17 Mal im Shop. Dann haben wir hier Flamingo-König für 800 V-Bucks, zuletzt vor 36 Tagen im Shop gewesen und 9 Mal im Shop. Dann, meine Freunde, haben wir die Fortnite-Klassiker. Finde ich, by the way, mega, mega, mega nice. Vor allem hier diesen kleinen Fernseher als Rücken-Accessoire. Richtig cool gemacht. Kann man sich meiner Meinung nach gönnen. Und das Ganze war zuletzt vor 2 Monaten drin gewesen. Kommen wir jetzt hier zu den linken Sachen. Wir haben hier einmal Captain America, den Oro-Skin haben wir, wie ich sehen kann, und den Bronto-Skin, beziehungsweise die weibliche Version auch. Fangen wir mit Bronto, dem Ehrenbruder, zuletzt vor einem Monat drin gewesen, inklusive Predolactus, kräftiger Biss und Kristall. Bronto war bis jetzt insgesamt 13 Mal im Shop gewesen. Dann, meine Freunde, kommen wir jetzt hierher. Und zwar Effekt voller Salute. Cooler Emote, meiner Meinung nach, kann man auf jeden Fall machen. Plus Captain America. Captain America ist richtig, richtig nice. Hat hier als Spitzhacke sozusagen das Rücken-Accessoire. Und man kann es halt, wie gesagt, als Spitzhacke benutzen. Auf jeden Fall ein richtig nicer Skin. Zuletzt vor 70 Tagen drin gewesen, 11 Mal insgesamt im Shop. Dann kommen wir hier zu Oro, und zwar haben wir jetzt Galvion 1500 V-Bucks. Lohnt sich meiner Meinung nach jetzt nicht. Würde ich mir jetzt nicht holen. Habe ich aber in dem Falle. Aber irgendwie gefällt mir das Ganze nicht mehr. Aurum, beziehungsweise Oro-Skin ist hier wieder zurück, wie ihr sehen könnt. Ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Charakter. Muss man selber wissen, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Ich würde jetzt eher sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, lasst da lieber die Finger davon. Holst euch lieber so einen Skin. Der ist cooler, würde ich sagen. Und ja, soviel auf jeden Fall zum Item-Shop, Freunde. Wir switchen auf jeden Fall in den Reddity-Welt-Modus. Und schauen uns dann dort nochmal um, was wir denn so erhalten haben. Und mich kotzt es immer noch an, dass ich weiterhin den alten Fortnite-Shop habe. Ich möchte endlich den neuen Fortnite-Shop. Voll viele meiner Zuschauer haben bereits den neuen Fortnite-Shop, Mann. Das sieht unnormal heftig cool aus, finde ich. Und ich habe da auch echt Bock drauf. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ganze sich in wenigen Wochen auf jeden Fall ändert. Nun gut, kommen wir jetzt zum Reddity-Welt-Modus, meine Freunde. Wir haben hier im Lama-Shop das Wild-Weiß-Lama für 300 V-Bucks. Muss auf jeden Fall nichts sein. Ansonsten ist hier weiterhin alles gleich geblieben. Und wie immer, Freunde, kurzer Double-Time am Ende. Das war's auf jeden Fall mit dem Video gewesen. Dann würde es euch gefallen, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergiss nicht, dass du nicht zu abonnieren und den Glockenzeichen. Ich wäre da mal raus. Auch dann geht mit dem Feuer, Frips und tschau. Willst du auf jeden Fall mit dem Feuer, Frips und tschau. Bis zum nächsten Mal.